Herzlich willkommen meine Damen und Herren, zur zweiten Folge der ersten Episode von The Walking Dead. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was ich machen muss. Ich habe jetzt aus meiner Sicht eigentlich alles gemacht. Ah, reden. The Tiller Lever ist schott, es schnappt in tune. The what? The Tiller Lever. Connects the wheel to the... Look, I don't know shit about boats. Just tell me what you need. Might have what we need to fix this damn thing. It's the best option we got. Let's get to that ferry. I don't want to be stuck here any longer than we have to be. Can't argue with that. Maybe we can find some sign of Rasheed's crew. Let's round up the crew. Ashon and I will scout the ferry, see what we can find. Alright, so we're just gonna sit around waiting for you. You wish. You've got work to do. You didn't answer my question, though. Oh, Christ. Here we go again. Oh, shit. Here we go again. You three. Catch the boat. Pull her out if you had lay anchor near the shoreline. Got it. Don't go anywhere. Stay near the boat and keep her safe. Don't let this turn into a rescue mission. Forget his friends, right? Best get the parts and get back here. Pete means well, but you know what they say about good intentions. I can't make that promise. If someone's in trouble, I'm not gonna just leave them. We can't lose anyone else. Come on. Let's get going. Are you ready? We can't lose anyone else. Huh? Huh? Not a sound. Kind of peaceful in a way. Probably a good sign. Trouble usually isn't quiet. I suppose I make you the exception. You know, something's really been bothering me. And I have to ask. What? Do you think this looks dumb? Oh, what? I don't know. It's been giving me shit about it. Says I look like a pirate. What do you think? Be honest. Secretus. Fuck Oak, what does he know? I knew you were all right. I think it ties over. Krass. Ha. I knew I'd get you to loosen up sooner or later. You're always so serious. It's gotta be exhausted. I'll show you every reason. Just makes it hard to get to know people. Es gibt nicht viele, wo man lachen kann. Not that it'd ever stop you. Being grim about it, does that make it all okay? You know, we first brought you on board, never thought you'd drown. You didn't talk to anybody, I just assumed you'd take off the minute you got your strength back. But I keep expecting to wake up and find this thingy gone. And you with it. But here you are. Haven't got sick of me yet. Ich mag euch. Ich bin ja sympathisch. Ich hatte nichts dagegen, gerade ein zu sein. Ich bin ja nicht. Ich bin ich. Du bist denn? Ich bin, ich bin, ich bin ich. Wenn es sich sind, jetzt bin ich Gedanken. Ich bin, ich bin, ich bin auch ein iferset. Oh nein, sie kann schwimmen gehen. Hey, das ist nicht cool, das ist nicht cool, verschwinde. Wie lebt der noch, das wird auch voll in die Fresse. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, ich weiß, dass ich meine Fresse nicht kapiert habe. Ich kann nicht glauben. Jesus. Das war's. Was das lustig, Pete? Huh? Was du schreierst? Ich bin? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vielleicht ist jemand, der kann uns, woher jeder ging. Keine Ahnung von jemandem. Nur diese verdammte Kräste. Das war's. Sie sind wahrscheinlich alle tot, Pete. Wir wissen das nicht. Well, wenn wir noch ein anderes Boot finden können. Es sieht aus, dass wir hier sind. Es sieht ausgewandert. Das bedeutet, dass es ist. Wir finden eine Lösung. Wir finden eine Lösung. Ich bin glücklich, dass du dich so optimistisch fühlst. Es sieht aus, dass es zwei Reise in gibt. Die Strecke oder die Tür. Oh, jetzt muss ich entscheiden. Ein Krebs. Ich bin tatsächlich für das Fenster. Ich hoffe, du bist nicht Angst vor dem Dunkeln. Oder ein Quicktime Event. Bei The Walking Dead sind wir aber nur einmal gestorben. Weil wir zu langsam waren, vom Zombie wegzurennen. Sonst haben wir es auch easy durchgeschafft. Es riecht riesig in hier. Ich sehe ihn nicht. Was willst du eigentlich jetzt gerade von mir? Ich habe ihn. Sorry. Sie ist sehr gewalttätig. Sie ist bestimmt keine gute Mutter gewesen. Die Leute waren nicht walkers. Sie waren gestorben. Sie waren gestorben. Nein. Sie waren gestorben. Oh nein. Don't leave us here. We wanted to come with you. You can't come with me. Ok? Molly, when you come back. Who would do this to a child? I mean, I know the world is going to hell. Es ist schrecklich. Das tut niemand, mein Freund. Pete, das tut niemand, Pete. Ah, eine Patronenhütze. Äh, so. Vielleicht ist es auch besser so, statt sich zu verwandeln. Zelt? Looks like this thing got a lot of use. They made sure none of them would come back. Ich hoffe, wir sind nicht hier lange genug, dass wir das brauchen. There's no fuel in it anyway. Boah, weiß er das. Blood. So much goddamn blood. Goddamn, shady. Full of the goddamn train. So. If we're going to find anything in this boat, do you in here? Und wir könnten uns nochmal hier umgucken. Wieic das? No. Stand back. Es ist doch dieses Feuergewalt hier, diese Frau. Sie schlägt auf alles Einschätztes abzuschneiden. Diese Welt macht uns zu Monstern. Niemand hat das zu ihnen gemacht. Sie haben es uns zu anderen gemacht. Ich habe es schon gesehen. Diese Welt verändert uns das Beste, manchmal für das Schlimmste. Nicht so. Schau doch rein. Wir wissen nicht, was da drin ist. Hallo? Eine Tür. Keine Sträume. Eine Tür. Eine Tür. Eine Tür. Wir können wirklich benutzen diese Sachen. Oh mein Gott. Mary Lillies, Peaches and Beans. Gott, ich hatte diese drei Mal pro Tag. Frühstück, Lunch and Dinner. Das macht meine Mutter verrückt. Ein bisschen Medizine. Woher kommt all diese Sachen? Zigaretten. Nicht das zu Berto. Wir haben es endlich geschafft, ihn zu verhindern. Ich dachte, das wäre Milch. Wir sollten sehen, was anderes wir finden können. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ich muss das sagen. Was ist in der... Schon wieder ein Logan spinnt. Sehr weit... Sehr weit... Ein sehr weit verbreiteter Name. Mbapp. Mbapp. Was ist hier unten irgendwas lag? Klasse mit Süßigkeiten. Mbapp. 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 Justin... Mbapp. 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 Haha, haha, haha So, ich seh ja nicht so viel Da, was ist das? Fruchttrank, weißt du Als wär so ein Bananenshake hier Nicht voll mit Zucker Stich in den Spind Ne, wir werfen uns mal Ich werde da reinstechen sollen Doch, dass wir ihn, doch gut, dass wir ihn nicht abgestanden haben Runde mit der Waffe Die brauchen sie auch Die Tasche geht jetzt mir Dann musst du dich offen gelassen Okay Zur Verteidigung, ich wusste nicht, dass ich das jetzt in dieser Reihenfolge drücken muss Ich dachte, ich muss, Hauptsache ich drück die Taste Aber ich muss ja in der Reihenfolge machen So eine Art Kombo Aber Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Ich hoffe, es hat euch gefallen